minna san konnichiwa hallo hier ist die man wieder von japanisch lernen at in diesem in dieser folge geht es um den april bei uns sagt man ja eigentlich alles neu macht der mai aber in japan ist es eigentlich der april der alles neu macht das wort für april heißt sie ist das japanische wort für vier und gatsu für monat es gibt aber noch ein anderes wort für den april und das ist das kommt von einer hannah und das ist auf deutsch so genannte deutsche oder die sogenannte blumen die gehört zur hortensien familie also so wie die garten hortensie bekannte eine von den bekannten blumen in japan auf japanisch die june blüht also die gleiche familie aber sozusagen diese unohana diese so weißlich und so klein die blüht eben im april und deshalb nennt sich das ganze eben auch nicht nur shigatsu sondern mitsuki ja also vierter monat also die habana haben wir schon interessante weise oder möglichkeit die mode zu benennen und das funktioniert eben einfach mit der zahl von 1 bis 12 plus das wort gatsu für monat eben wobei gatsu ja so gut die chinesische lesung und die an das chinesische angelehnte lesung ist oder eine von den chinesisch angelehnten lesungen für das zeichen für mond oder monat die japanische lesung ist zucki aber im fall von ist es nicht gut zu gießen und zucki also sein weiches musik weil es einfach auszusprechen das zucki ja aber es gibt noch eine andere erklärung warum das also warum der die traditionelle japanische lesungsvariante oder traditionelle japanische name für den april und zucki ist und das hat mit den chinesischen tierkreiszeichen zu tun chinesischen tierkreiszeichen heißen auf japanisch zini also zini für zwölf und das ski sozusagen bedeutet hat diese diese chinesische grunde dass das ski heißt eher was also also merkt man sie einfach ziemlich sind die zwölf chinesischen tierkreiszeichen und die nummer 4 ist usagi das für den hasen deshalb also das ist die andere erklärungsvariante warum denn der name verwendet wird ja also alles neu macht der april in japan was bedeutet das was ist denn jetzt genau neu naja also es beginnt das schuljahr neu sind da hat sich komisch an das sind steht für neue kaki also bedeutet semester das gar von kaki für lernen und das ski zum beispiel in jiki kommt vor das bedeutet zeitperiode das neue semester das neue schuljahr das heißt das schuljahr beginnt in japan im april nicht im september schule heißt auf japanisch das gleiche bei kaki und was passiert da jetzt genau also es kommt immer darauf an wie groß das ist es ist das ganze nennt sich niederküste und das new kommt von heide von hineingehen dackel wieder das lernen und die bedeutet fest oder zeremonie also die entrance ceremony sozusagen für die schule also schuleinstand feier und dann das passiert eben für die grundschüler also für show gacko für die mittelstufe oder coco für die high school für die oberstufe und auch natürlich für die universität für die bei gacki wer mein sohn kommt jetzt in das vierte jahr jonesse also show info was ja sie die die lesung für vier hat auch wieder verschiedenste varianten aber bei viertes jahr dieses jones also vier jahre jonesse dass er ist von backsee für schüler jonesse der vierte also schüler im vierten jahr und ja wie man es auch manchmal in anime sieht genauso ist es das heißt die ganze schule beziehungsweise die ganzen schüler sind versammelt in der großen halle und dann gibt es vom koto sense also vom vom direktor vom schuldirektor eine rede und das ist manchmal ein bisschen langweilig und da fällt noch eine sehr lustige geschichte ein ich habe meine man da drüber gesprochen also vielleicht das kennst du vielleicht als kleines kind dann hören wir irgendetwas und dann missversteht man das und es geht um ganz was anderes und bei dieser new york also bei dieser entrance ceremony reden die lehrer unter dem auch invertier direktor und wenn sie über ihre eigene schule sprechen dann sagen sie hong ko das kobe von koffi schule und hon bedeutet nicht nur buch sondern eben auch das eigentliche das worum es geht zum beispiel wort honning die person um die es geht oder hon die zu der heutige tage ein sehr üblicher variante für kio und das spricht dann über ja hong ko hong ko hong ko also unsere schule unsere schule blablabla und man hat immer verstanden hong kong also hong kong und dann immer gefragt was machen die ganzen lehrer alle immer in hong kong warum fliegen ja nach hong kong ja das aber zur schule zum schulbeginn aber was noch neu startet ist das fiskal jahr also dass das das jahr sozusagen das buchhalterische und was firmen betrifft und so weiter das beginnt grundsätzlich auch im april und das fiskal jahr also wenn das neue fiskal jahr beginnt dann heißt es in nendo so dass sie bei singa kia für das neu das nennen für jahr und das do für mal oder auch anlass also sie nennen ist das neue jahr in nendo ist das fiskal jahr das neue bild ja das heißt nicht nur was die buchhaltung betrifft sondern auch was den arbeitsbeginn betrifft also es ist ja grundsätzlich alles so geregelt auch von der schule her in japan dass man im märz sozusagen die schule beendet und auch die uni beendet und dann sozusagen im april den neuen posten beginnt also neuer posten jetzt nicht nur von neuer arbeitsstelle und überhaupt grundsätzlich wenn man zu arbeiten beginnt dann startet man im april das heißt jetzt geht es los sozusagen jetzt sind alle die grad vorher noch auf der uni waren plötzlich arbeitende und das nennt sich auf japanisch jakaijin also sagen immer endlich mitglied der gesellschaft ist das heißt für sich selbst sorgen kann und das passiert eben jetzt im april das wort für firma heißt übrigens kaiser und auch hier gibt es dann nie also nirisch das nie ist wieder bei dem dem es gab dann bei nirgack also dass die entrance für die schule school und nirscher das ja kommt von kaiser also in die firma eintreten festivität oder zera moni nirscher die mass in eine firma neu eintreten ja und das wird dann eben veranstaltet also zum beispiel nirgack g da okuna war ihre okuna war ihre heißt etwas wird veranstaltet aber wenn ich jetzt sagen würde ich veranstalter etwas dann ist es nicht okuna war ihre sondern okuna war dass sie waren nirgack g okuna also bin ich sozusagen der das macht wird etwas veranstaltet es okuna war ihre das ist passiv davon und okuna ist etwas das aktiv passiert deshalb muss ich sagen nirgack g okuna aber etwas wird veranstaltet nirgack g da okuna war ihre genau ja genau das kann ich ganz interessant okuna ist das kanji kennst du vielleicht schon gerade auch wenn du anfänger bist das ist das zeichen für gehen dass ich die maß oder icke und das hat eben noch eine andere lesung also wenn das zeichen bekannt das kanji für iku stehen hast aber es sieht nicht hinten das kuh oder key maß oder singe sondern das u dann hat die lesung okuna etwas veranstalten durchführen ja was passiert noch im april also grundsätzlich in europa natürlich das osterfest heißt auf japanisch für katz sei für katz heißt wiederbelebung und sei ist die chinesische lesung für mazuri das festival das fest oder einfach das englische wort in katakana ist da dann ende april erwartet uns die golden week das ist eine aneinanderreihung von feiertagen die dann meistens mit aber fenstertagen dann zu einer ganzen woche verbunden wird wo das ganze jahr also das ganze jahr das ganze japan also das ganze land eigentlich auf urlaub geht außer natürlich die die arbeiten müssen weil sie zum beispiel im hotel im restaurant oder in den normalen geschäften arbeiten aber sozusagen so office und so und firmen und so die haben dann geschlossen und die beginnt am 29 vierten mit dem show war noch hier also der show war tag der show war das war der kaiser der tenner sozusagen und das war sein geburtstag und in japan war oder ist es so dass sozusagen der kaiser geburtstag ein feiertag ist wenn der kaiser verstirbt und sagen eine neue periode neuer kaiser antritt dann wird dieser fährt hergenommen und bekommt einen anderen namen und bleibt feiertag das passierte auch mit diesem show war noch hier beziehungsweise dem show war tenner geburtstag tanjobe und er wurde dann zum sogenannten midori noch hier der tag des grünen also sagen wo man feiert dass man naturmäßig so in die richtung das war bis 2006 und dann wurde er unbenannt eben in show war noch zum gedenken an die show war zeit die show war zeit das war zur kriegszeit schon ganz genau nach so die genauen daten von wann bis wann also ich war ganz genau aus wenn ich weiß ich nicht und das war was die regierungszeit vom tenner dem hier und zwar von 25 1926 bis zum siebten januar 1989 ja also da fällt eben gesagt der weltkrieg da ja auch hinein ja die show war zeitperiode ja das ist das theoretische aber was ist denn eigentlich das wichtigste jetzt gerade so ende ab märz an april ja die kirschblütenzeit was machen die japaner sie machen hanami hana die blume nie von mir oder niemals sehen die blumen ansehen und welche blume die kirschblüte die sakura sakura und das kanji für sakura ist auch sehr interessant es ist links das radikal also der teil für baum rechts das katakana zu und das zeichen für frau für und und es handelt sich um eine zierkirche da gibt es die verschiedensten kirschen arten also zierkirschen arten die bekannteste ist die soma joshino die wo sogar dann auch eigene wie sagt man der weather forecast also so vorberechnungen oder vorhersagen gibt wo man nachschauen kann in welchem bereich von japan die kirschblüte wann beginnt wann in voller blüte das ganze ist und wenn sozusagen die blütenblätter dann wieder abfallen aber die sakura ist eine kirschblüte das heißt die kirchen die sind nicht zum essen da die japanischen kirchen die man essen kann die heißen sakura sakura die unterscheiden sich zu unseren bekannten roten kirchen eben von der farbe her die sind eher so orange rosa mäßig ein unsere kirchen heißen auf japanisch aus dem englischen katakan risiert die meisten kirchen also jerry also die roten kirchen die man hier in japan kaufen kann sie importiert aus amerika der kirschbaum ist dann eben dieser kirschblütenbaum ist sakura no ki also ki ist der baum und was machen die japaner da sie sitzen unter dem baum essen ihre bento boxen und trinken alkohol trinken sakura no ki no shita de o bento o tabemashou lassen wir oder machen wir oder essen wir unter dem kirschblütenbaum unser bento da ist unter der bezeichneten ort wo etwas passiert sakura no ki no shita unter dem kirschblütenbaum vant oder vantushu vantushu die vorschlagsform vonolf nas von essen lass uns essen ob endo wenn oder was essen wird mit o markiert ist das objekt vom satz und ein wort das so ähnlich klingt wie sakura ist das wort sacq und das bedeutet glück sakurakläcke oder sakula ga sakima als er etwas blüht bzw die kr 상황 der blüter die blume selbst gesagt das ist hannah wobei es für hannah also nicht die nase sondern der der gleiche aussprache kann sie gibt es zwei und das kann sie dass du wahrscheinlich am ersten kennst es oben das radikal für das blatt radikal dann links das katakana das katakana und dann so in variante vom katakana und der untere teil dass ihr das hier bedeutet eigentlich verwandeln sowie bakkele bakkemon und das komische monster also die blume verwandelt sich in dem sie aufblüht das andere kann das wohl schwieriger heißt auch hand hat auch das karte radikal für das gras drauf aber das wird eigentlich auch verwendet für chinesische küche china selbst heißt ja die goku also das reich das land der mitte die mitte goku von kock oder kuni die japanische lesung für land zugok aber wenn es ums essen geht man kann sich das auch sagen die juli also juli ist die küche kochen gericht aber man sagt dann zu kari und kreis in die chinesische lesung von diesen hannah zu kari oder das hat sich also blum blumiger ja und dann da gibt es auch noch das wort hanayaka das ist so gorgeous also wirklich so wunderschönen atemberaubend ja bevor da aber jetzt die blüte aufblüht haben wir zuerst einmal die knospe da die knospe heißt auf japanisch zubomi zubomi ja und die blüte also die die knospe öffnet sich heißt dann zubomi ga hirake hirake bedeutet etwas öffnet sich zubomi und die zeitperiode oder dass das ist dieses kirschblüten erblühen heißt auf japanisch dann kai kai die chinesische lesung von dem hirake und k für die blume ganz wichtig ist dann auch wenn die blume dann voll erblüht ist das nennt sich dann mann kai mann sowie in mann getze der vollmond also mann bedeutet voll und kai wird das von öffnen die chinesische lesung mann kai ja und leider dauert das ganze schauspiel nicht sehr lange und die kirschblüten verblühen und die blätter fallen runter sakura ga chile also chile heißt etwas flattert so runter verteilt sich sakura ga chile ja und manchmal gibt es dann auch noch kirschblüten beleuchtung yo sakura also die nacht kirschblüte sozusagen und manchmal zum beispiel in kyoto gibt es diverse tempel und schreine die dann auch beleuchtet sind da kann man dann auch sich die kirschblüte schön ansehen und weil die japaner die kirschblüte und das wort sakura so lieben gibt es ganz verschiedene wörter wo eben das wort vorkommt das sakura wort zum beispiel in sakura iro sakura iro ist das wort für farbe also kirschblütenfarben ist einfach eine variante eben zu sagen es ist pink pinko iro sakura iro man hört das jetzt nicht ganz so oft aber meistens sie sind doch pinko iro also für pink für rosa es gibt dann aber auch noch das wort momo iro also für sich farben das ist ein bild gibt es auch an schreiben ja da gibt es zum beispiel sakura kai na sakura geile sich das ganze dann also das ist die also wortwörtlich übersetzte kirschblüten muscheln also das sind sozusagen muscheln die besonders gern gegessen werden während der kirschblütenzeit dann gibt es sakura ebi also auch jetzt ist gerade in die sieben also die zeitperiode wo hat diese ganz kleinen schrimps dann gegessen werden meistens getrocknet über den reis darüber gestreut und dann gibt es auch noch sakura wo also wo ist ja der fisch also sakana hat auch der andere lesen auch wo und das ist eben der fisch der gerne gefangen wird während der kirschblütenzeit das ist auf japanisch der name waka sagi danach geschaut auf deutsch nennt sich das japanische süßwasser stinkt glaube ich spricht man das aus oder es ist auch davon dass ich rede vom kohai das ist ein süßwasser lachs diesmal also für meine geschmack ist ein makaber das wort sakura nike nike heißt fleisch kirschblütenfleisch ja davon also wenn die band davon sprechen dann meinen sie eigentlich pferdefleisch angeblich hat das rosa ja ich habe noch nicht gesehen ja was bekannter ist und wahrscheinlich den meisten leuten schmeckt das sind die sogenannten sakura mochi mochi sind ja diese reis küchlein sagt man dazu ist meistens reisteig und zwar aus klebe reisteig gibt gedämpft und die sakura mochi haben hat ein kirsch also nicht das kirschblütenblatt sondern das kirschbaum blatt um das mochi gewickelt und das schmeckt ein bisschen salzig weil salzig eingelegt ist es ist kein einfach frisches blatt direkt vom baum sondern das kann man einfach einlegen in salz und dann schmeckt das so übrigens auch die eingelegten kirschblüten die man kaufen kann und wo ich zum beispiel ein kirschblüten guggelupf gemacht habe letztens mit matcha auch dazu das ist eben gemacht aus eingelegten kirschblüten kann man auch relativ einfach selber machen weil genau also ich schicke auch das rezept für diesen guggelupf per newsletter also wer sich für den newsletter angemeldet bekommt das dann automatisch in sein postfach geschickt zu anmelden für den newsletter kannst du dich unter www.japanischlern.at slash newsletter wir sind aber noch nicht fertig mit wörtern die das kirschblüten wort drin haben und zwar das ist auch ganz lustiges wort über sakura eine über ist eigentlich eine alte frau mal also eigentlich eine eine amme und eine über sakura ist eine also auf japanisch kirena nempai no onnan also eine schöne frau im gehobenen alter und ein sehr schönes phänomen ist wenn die kirschblüten so unter flattern und auch der wind rein bläst dann sieht aus wie ein schneesturm ein kirschblüten schneesturm das heißt auf japanisch sakura fubuki sakura die kirschblüte das fügel von früh von blasen und das buch ist eine speziallesung kommt ja ich von yuki von schnee sakura füge die thema in amal ist sehr schön ja das wäre es jetzt eigentlich einmal zum ganzen kirschblüten zeugs obwohl naja nicht ganz denn ich veranstalte jetzt auch gerade ein gewinnspiel das noch bis zehnten vierten läuft und zwar wenn du das buch japanisch für anfänger gekauft hast das kurz mal hier für anfänger also wenn du noch komplette anfänger bist für ihre gana katakana für schriftzeichen also die katakana schriftzeichen basisvokabular einfachste grammatik das gibt alles in dem buch und wer dann eine bewertung auf amazon beziehungsweise verandernd plattform abgibt und mir dann einen screenshot davon schickt an ihn wollte japanischlern.at der kann beim gewinnspielen mitmachen also bis also teilnahme ist möglich bis zehnten vierten also bis zehnten vierten sollten die screenshots eingelangt sein ja ansonsten freue ich mich auf den ersten vierten und ihr wisst dann schon also ihr werdet dann schon sehen es gibt einige neuigkeiten ansonsten was gibt es noch vierten vierten übrigens beginnt der neue jahreskurs obwohl sie sich nicht mehr zwölf monat sondern wir haben das ganze ein bisschen verändert auch vom aufbauen von der struktur her der jahreskurs hat jetzt 14 monate das heißt 14 monate lang zeit also um das um die kursmaterialien durchzuarbeiten gemeinsam mit unserer hilfe natürlich und natürlich auch die hausaufgaben einzureichen und fragen zu stellen wenn du dich für den kurs interessiert die einfach auf www.japanischlern.at schrägstrich mein japan oder dein japanisch lernen also nicht auswendig übrigens genau alles neu macht april auch unsere webseite verändert sich gerade aktuell das design schon ein bisschen anders aus und das jahreskurs programm findest du unter dein binde strich japanisch lernen ja einfach mal durchschauen wenn du fragen hast wirklich gern einfach unter info japanischlern.at falls du schon vorerkenntnisse hast wir haben auch ein einstuchungstest wo wir uns anschauen wie deine vorerkenntnisse aussehen ja ja ich glaube das wäre es mal von meiner seite ich wünsche natürlich weiterhin viel spaß beim anhören und beim zusehen von podcast und von meinen videos und vielleicht sehen wir uns ja beim nächsten japanisch kurs ich schicke dir ganz viele grüße aus japan aus und einen wunderschönen frühling und eine wunderschöne kirschblütenzeit bis bald deine manuela von japanischlern.at bye bye